Wimbledon machte ihn zum Superstar, später moderierte Boris Becker die Turniere selbst. Bei der Eröffnung des diesjährigen Events richteten sich seine Ex-Kollegen mit bewegenden Worten an den inhaftierten Star. Es ist seit Jahrzehnten eines der größten Events der Tenniswelt, wenn in Wimbledon das gleichnamige Turnier stattfindet, herrscht im Londoner Stadtteil der Ausnahmezustand. Einer seiner größten Stars muss das Turnier dieses Jahr das erste Mal hinter Gittern verfolgen. Doch Boris Becker bekam von den ehemaligen Kollegen einen herzerwärmenden Gruß. Während der Live-Berichterstattung der BBC richteten sich die Kommentatoren Subarka und John McEnroe direkt an den im April zu zwei Jahren Gefängnis verurteilten Becker. Boris, wir lieben dich! Wir vermissen dich, Mann, erklärte McEnroe. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger berichtet das erste Mal von dem Turnier, löste damit Becker ab. Barker, ebenfalls langjähriger Spielerin, pflichtete ihm bei. Das tun wir ganz sicher, du sagst es. Becker hatte letztes Jahr gemeinsam mit Barker das Turnier kommentiert. Für sie ist es das letzte Turnier, nach 30 Jahren Wimbledon will sie nach diesem Jahr aufhören. Gemischte Reaktion Bei den Zuschauern wurde die Sympathiebekundung sehr unterschiedlich wahrgenommen. Mann Sendegröße an einen verurteilten Kriminellen erbosten sich einige Zuschauer nach Angaben des Guardian. Viele andere begrüßten die klare Aussage der Kommentatoren und erklärten, Becker ebenfalls als Teil der Berichterstattung zu vermissen. McEnroe wollte die Kritik der Zuschauer gegenüber dem Guardian nicht kommentieren. Er hatte vor einigen Tagen bekundet, er finde Beckers Inhaftierung als grauenhaft. Boris ist ein Freund von mir, stellte er klar. Ich fühle mich schrecklich. Er ist einer der besten Spieler, die dieses Spiel je hatte. Und ich weiß, wie viel es ihm bedeutet hat. Er wolle Becker im Gefängnis besuchen, wenn das möglich sei. Wandsworth Prison Zellen, kleiner als manche Besenkammer, so sieht das Gefängnis aus, in dem Boris Becker einsetzt. Becker war im April nach einem mehrmonatigen Prozess für schuldig befunden worden, im Rahmen seines Insolvenzverfahrens Vermögen wie Immobilien, Konten und Trophäen verheimlicht zu haben. Becker hatte die Schuld von sich gewiesen, er habe sich auf seine Berater verlassen. Die Geschworenen sahen das anders. Becker wurde in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Quellen, BBC, Guardian Becker bl